Liebe Gäste der Pyjama-Party, das Smarland ist eröffnet, das Smarland ist eröffnet, oh mein Gott! Was tut der, was er hier, was er für eine Ratsache? Oh mein Bellen, ich hab zu mir drinnen! Oh mein Gott, ich hab zu dir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, okay, okay. Ja, okay, okay. Ja, okay, okay. Der Tisch ist gedeckt, das Wellness-Frühstück wartet auf euch, also aufstehen, Zähne putzen, lasst uns diesen Tag nutzen. Guten Morgen, guten Morgen, die Party ist noch nicht vorbei, wie schön, dass ihr ausgeschlafen seid. Ja, guten Morgen, die Party ist noch nicht vorbei, wie schön, dass ihr alle ausgeschlafen seid. Guten Morgen.